Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Digis Adventure, dem Patron des Wassers und der Herausforderung der Patroninnen der Luft. Nein, komm herr. Okay. Um, nee. Okay, das musst du sein. Hm. Da haben wir noch einen. Okay, gut. Na. So, dann wollen wir mal gucken. Dann muss das entweder du sein. Blau, gelb, grün. Blau, rot, gelb. Ja, okay, gut. Das heißt, dich hiebe ich da runter. Müsstest du so rum sein, ja. Du warst das, nee. Blödsinn wir hier machen. Ich glaube, so rum muss er sein. Du gehst da hin. Und du gehst da rüber. Okay, ja. Na. Das heißt, da musst du... crisui, geht, läuft. So. So muss er sein. Blau-Grün. Okay, du bist jetzt nicht einer von euch beiden. Dann haben wir da oben den roten. So. Das müsste es dann du sein. Das müsste es du sein. Das kann er nicht sein. Das kann er nicht sein. Das könnte passen. Grün-Blau, dann ist es eher hier. Okay. Dann haben wir dich. Okay. Da geht's weiter. Okay. 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 Erstmal alles hier leer machen. Nimmst du die Pro-Pro-Meter. Okay. Fangen an mit Grün-Gelb. Das müsstest du sein. Das kannst aber auch du sein. Nein. Die zwei sind es nicht. Ach so, der muss auch ganz zum Schluss dahin. Okay. Gut. Rot. Gelb-Grün. Das geht nicht. Das bedeutet, das müsste der sein. Was habe ich jetzt gesagt? Das wäre blau-gelb. Jetzt haben wir gelb und rot. Gelb und rot. Ja. Und dann grün und blau. Okay, alles gut. Das müsste passen. Also, das müsste dann der sein. Dann der. Dann der. Dann der. Dann der. Zum Schluss der. Okay. Das war die erste. Okay. Okay. So. Dann gehen wir jetzt mal in die Tömerwinder. Okay. So. Zwei. Ähm. Na eh. So, dann einmal zweimal So, dann wollen wir mal gucken. Blau, grün, blau, der passt zu Rot-Gelb, das kann nicht sein. Gelb-Blau, das passt auch nicht. Grün-Gelb, das heißt, dann müsste der dahin. Blau, das geht nicht. Dann habe ich da den. Das geht auch nicht. Das könnte es sein. Dann haben wir gelb-Blau. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Ähm. Gelb-Grün. Ähm. Dann muss das. Ne, das geht nicht. Das kann ja nicht sein. Ähm. Ähm. Blau-Gelb, das geht nicht. Blau-Gelb, das geht nicht. Blau-Grün. Okay, pass auf. Das geht. Entweder gehst du. Blau-Grün. Blau-Grün. Das würde dann bedeuten, wir haben einen gelb-grünen da. Gelb-Grün da. Dann haben wir den blau. Blau-Grün. Blau-Grün. Ne, das geht nicht. Das geht auch nicht. Ähm. Ähm. grün, dann haben wir da, grün, blau. Okay, nein, das war einer zu weit, und dann müsste das, das kann er auch nicht sein. Okay, ich glaube, ich habe es, das heißt, gelb, rot, grün, so rum, und der müsste da hin. Ja, okay, ich muss jetzt gerade mal testen, musste das Spiel gerade auf Pause stellen. Okay. Okay. So, das ist das. So, dann gucken wir mal, wir brauchen den grünen. So, einmal, zweimal, dreimal, zack, der geht da runter, da runter, da rauf, okay. So, und so, das bist du, dann habe ich den gelben, der geht hoch, da runter, da rauf, da rauf, dann kann man schon mal so, den da runter, und den da runter, du gehst da rum, du gehst da hinten rüber, du gehst da rum, und du nach oben, so. So, einmal kurz innehalten, so, womit man schön auf Pause drücken kann. Gibt es hier einen beweglichen? Ja, okay, gut. Du bist der rote, das ist der rote, und der bewegliche ist für den blauen. So, das geht da runter, und der geht da rüber. Okay. So, der dahin, der dahin, der da runter, zack, Thema ist durch, okay, gut. Jetzt geht's los. A ist rot-blau, das bist du, oder du? Wie war rot-blau? Rot-blau ist so. So, dann haben wir B mit grün-blau. Das heißt, da muss das du sein. Ähm, stellt sich die Frage, ob das überhaupt wichtig ist, da? B ist grün-blau, C ist blau. Ähm, ist das wichtig? Ähm, ist das wichtig? Ähm, also noch mal heiß-blau-rot. Ähm, also noch mal heiß-blau-rot. Ähm, dauert Moment. Okay, ich hab's, ja, so. Das ist der Punkt 2. Das muss so aussehen. Okay. Okay, ähm. Okay, ähm. Okay. Okay, so. 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 So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Das Y ist lila. Wo ist das Y? Da unten. Wo haben wir denn das Dreieck? Dreieck ist hier rote Beere, okay. Ähm, ja. Nein, hier verbinden sie so. Das geht da hin. Ähm, ach so, das geht nicht. Ähm. Ähm. Das muss nachher alles raus, da, ne? Pass auf, da mach ich folgendes, da mach ich den da runter und ziehe den mir da hoch. Der da hoch. Der geht auch da hoch. Der geht da hoch. Ich schiebe da rüber. Ich nehme dich hier. Das ist groblich wie so. Noch ein Heuch. Und dann gehst du noch da rüber. Aber hier noch was. Du nicht. Ah, da ist das Y, okay. Das bedeutet aber ... Okay, pass auf. Das mache ich auch zuerst, bevor ich jetzt großartig anfange zu sortieren. Dann machen wir erstmal den noch ganz da unten. Das war's und dann kann ich den darüber schieben. Den hier rüberschieben. Den darüber schieben. Jetzt muss ich den leider doch nochmal hier wegmachen. Dann schieben wir den auch da runter. Hätte ich mir vorhin sparen können. So, du bleibst da. Das heißt, dann kann ich jetzt den hier runter ziehen. Den hier einen runter. Den da runter. Und dann kann ich den nochmal da hin. Den da hin. Und dann komme ich dazwischen. Was habe ich gesagt mit dem Y? Das Y ist der Lila. Ne, pink. Das ist pink. Okay. So. Dann habe ich was als nächstes. Das E. Das ist das Dreieck. Okay. Und dann habe ich den Stern. Das ist der blaue. Okay. Ach, das wäre ja der einzige gewesen. Das wäre eine logische Schlussfolgerung. Okay. Na ja, manchmal sieht man halt vom lauter Wald die Bäume nicht. So, das war das. Ähm. Das heißt, So geht es da hin. So geht es da hin. So, und dann nehmen wir mal dich. Da rüber. So geht es da rüber. Ich glaube, den kann man noch da runter tun. Du gehst da rüber. Den schiebe ich da hin. Gehst du bitte einen runter. Damit bist du weg. Du gehst weg. Du gehst weg. Du gehst weg. Der Stern ist er. Dann ist er aus Versehen sogar gut und recht. Das U ist der gelbe. Dann haben wir noch das E. Das Ding ist da. Der G ist das Dreieck. Und der Grüne. Und du bist das hier. Gut. B ist rot-grün. Klasse. Und wieder zwei. B ist rot und grün. Das würde bedeuten blau. So. Okay. Ich muss hier testen. Okay. Nach etlichen Versuchen habe ich es endlich geschafft. So sieht es aus. Gut. Weiter geht's. So. Okay. Okay. Das war das. So. Das war der letzte. So. Jetzt gehen wir in die nächste Runde. Ja. Okay. Gut. Gut. So. So. Schon will ich es. Euhm. Auf den Sohn hier. Na bin ich. Ja. Mhm. Mhm. Das wäre zum Beispiel, ich mach den einfach mal so dahin. Oh, da ist ja noch einer. Okay, das kann auch schon mal nicht sein. Das könnte passen. Dafür muss der blaue mit dem grünen, ja ok, das passt, sehr gut. Ja. Mal kurz innehalten. Ok, eins, zwei, drei, ok. Das ist der falsche, ok. Ich nehm dich direkt nur raus hier. Ja. So. Ok, habe ich jetzt alles freigelegt. Gut, dann geht es jetzt los. Das ist die 1, das ist die 2, das ist die 3. Ok. Dann muss das nicht hier sein. Ok. Ähm, was haben wir hier? Das ist die 1. Das ist die 2. Das ist die 3 und das ist die 4. Dann sind die roten die 1. die 1. Die 1. Die 2. Dann muss das die 3 sein, wenn das die 4 ist. Gut. So, das war das. Ähm. Okay. Das ist rot und das könntest du sein. Das könntest du sein. Das heißt blau und grün. Wie war das jetzt? Blau und grün. Das könntest du sein. Was bist du für einer? Ähm... Das könnte schon der grüne und der gelbe sein. Und damit war es das schon. Okay, das geht nicht. Ähm, gut. Gelb und rot. Was haben wir denn? Rot und gelb geht nicht. Das heißt, dann könnte es das du sein. So, damit passt das auch und nicht gelb und rot. Da haben wir auch noch einen rot-gelben. Okay, das heißt, dann wärst du das. Das wärst du. Okay. Dann habe ich blau-grün. Habe ich noch einen blau-grün? Ja. Und zwar den hier. Das kann er nicht sein. Okay, habe ich noch einen gelb-grünen? Ja. Ja. Und zwar nur hier. So. Dann habe ich den und kann da den blau nehmen. Na, machst du bitte den da. Danke. Jawohl, ja. Okay. Ah, läuft die ganze Zeit. Gut, okay. So. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ja, das mache ich doch. Okay, gut. Okay, was haben wir denn da? Runter. Rechts drauf. Hans. Runter. Runter. Na, nimmst du den bitte mit? Runter. Runter. Rauf. Hand. Runter. Links. Links. Beziehungsweise rechts. Also das andere links. Und. Und. Ah. 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 Okay. So, was haben wir denn da? Rechts, rechts, runter, ruhig, links, links, rechts, rechts, runter, links, links. Okay. So. So. Geht ja nur einmal nach rechts. Rechts, rechts, runter, rechts, rechts. Und. 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 Wenn er so ist, dann hole ich mir hier einen rechten. Bin ich denn blöde? Ach so, da ist noch einer. Okay, gut. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ach, wieder vorkommen habe ich nicht gesehen. Und. 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 Ja, genau. No. Und. 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 Okay. Und. 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 And. No. Das kannst du genauso sein wie du. Ich versuche es erstmal so und der Storch hat was. Blau oben und Gelb unten. Ja, das wäre der hier. Wir haben mal grün-gelb, das könntest du sein. Grün-gelb mit... Okay, das sehe ich noch nicht. Blau, das kann doch schon mal nicht sein. Ach Mensch, man sollte vielleicht das auch mal richtig rumdrehen. So, blau-rot. Okay, blau-rot. Was haben wir? Gelb-rot. Das könntest du sein. Pass auf, dann lege ich dich erstmal nach oben. Ähm, ähm... Okay. Du bist grün. Ja, der wird beim ersten Mal geklappt, ey. Wow. Genau. Okay. Das war Gebäude Nummer zwei. So. 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 Nummer zwei. Ja. So. 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 Okay. So, dann du da rum. So, du bist es nicht. Du bist es. Das bist du. Okay. Okay, dann ist das das hier. Okay, gut. Oh, da hätten wir direkt tief. Okay. Zack. Da hoch. Okay. Oh. No. Okay. 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 Ich fache mal diese Bleu de Lord Blum, da. So, was haben wir denn da? Grün-Gelb. Was wirst du? Oder du. Was haben wir denn da? Rot-Grün. Das bist du. Nein. Korrekt. So. Jetzt habe ich da zweimal Grün-Gelb. Dann versuche ich das erst mal so. Und dann haben wir Rot-Blau. Jetzt muss ich aber gucken. Das geht nicht. Also brauche ich den anderen Gelb-Grün. Und das bist du. Der war einer zu weit. Der passt auch schon nicht. Und einen anderen Grün-Gelben habe ich. Ja. Nee, also das musst du sein. Dann brauche ich noch einen Rot-Grün. Und das kannst nur du sein. Also einen blau-roten. Dann wirst du das. Dann habe ich der Blau-Rot. Das müsste dann eher sein. Ja. Und das ist eher. Okay. Einen Moment innehalten. So sieht es aus. So. Oh. Das ist. Okay. Den halben schwarzen habe ich noch nicht. So. Der geht nach rechts. Und die zweimal noch. Ach so. Das ist der weiße Halbe. Nee, glaube ich noch nicht. Der geht nach links. Da geht nach unten. Okay. Okay. Das ist der weiße Halbe. der weiße ging wohin nach darüber so jetzt haben wir grün, gelb und blau, grün grün, gelb grün, gelb, den haben wir zweimal, blau, grün den haben wir auch zweimal, das ist aber kacke ok, also grün, gelb, man könnte dann mal versuchen den zu nehmen grün, gelb was haben wir denn hier, blau, grün ich muss gerade feststellen, die blau, grün habe ich noch einmal korrekt, nein, blau, grün aber zweimal ja, genau wie den da blau, gelb, dann versuchen wir den mal dann hätten wir da grün, gelb dann hätten wir da das wäre zu einfach ja der kann es schon mal nicht sein der kann es nicht sein der kann es nicht sein so, das musst du sein das heißt, gelb, grün der muss es sein der muss es sein der andere geht nicht dahin dann habe ich gelb und rot habe ich einmal zweimal ich lasse den mal so da liegen und setze ihn mal dahin so das wäre der blau, rot, grün dann hätte man den gelben unten ich versuche den ja, ok gut, das war Tor Nummer 3 ok so jetzt kann man nach oben rein ok 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 das ist eine Micho aus allem? Nein? Okay, das ist gut. So, okay. Dann bedanke ich mich für das Zusehen, lasst mir ein Like und ein Abo da, folgt mir auf meinem Gaming Kanal, Toto spielt auf YouTube und auf Twitch, bis zur nächsten Folge und Tschüss sagt der Toto.